Rechtsanwalt Krause von KAP-Rechtsanwälte Wie wir bereits berichtet haben, ist uns in den Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart gegen die Daimler AG ein großer Durchbruch gelungen. Das Landgericht Stuttgart hat Daimler zu Schadensersatz im Zusammenhang mit manipulierten Dieselfahrzeugen verurteilt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Klagen nun deutlich zu erweitern. Wir suchen geschädigte Daimler-Fahrer, die sich gemeinsam gegen den Konzern wehren wollen. Wir versuchen die Klagen hier entsprechend im Sinne einer Art Sammelklage zu bündeln und gemeinsam geltend zu machen. Wenn Sie betroffener Dieselfahrer sind, melden Sie sich bei uns. Wir informieren Sie über alle weiteren Schritte.